Es ist ein wahnsinnig tolles Filmteam, wir verstehen uns alle sehr gut und das führt dazu, dass man auch viele Witze macht und sich in einem Arbeitsumfeld wähnt, was ganz viel Laune macht, wo man entspannen kann. Das Team war auch super und ich glaube, man merkt schon, dass die schon zusammen gearbeitet haben und dass die sich kennen und dass das alles halt funktioniert. Und das ist super wichtig. Es ist toll, das ist auch wieder so ein Geschenk. Richard, du sagst, du bist der Brasch. Na, aber wenn der Richard das sagt, dann wird es wohl stimmen. Eine tolle Begegnung mit vielen tollen Kollegen. Tatsächlich schon wieder Anja Schneider. Thomas. Mama. Ja, man kann mal wieder sagen, dass es wirklich von Vorteil ist, wenn man sich schon kennt. Wir sind sozusagen mit dieser Nähe in so bestimmte Szenen reingegangen und das ist so, wie ich mir das wünsche. Eins, zwei, drei. Ja. 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 Ja.